Alter, der wollte uns doch jetzt verkackeiern, oder? Der hat doch nur so getan, als ob. Danke, Knoller. Aber jetzt ist gut. Thomas. Danke. Ihr seid wahnsinnig heute. Ihr seid heute komplett wahnsinnig. Was habt ihr gegessen? Hä, wo bin ich denn? Ach, hier. Ach so, hier. Alter, puh. Dann schnell mal rein ins Vergnügen. Bunga ist da hinten. Alter, ist das ein weiter Weg? Danke, Leute. Ihr seid wahnsinnig. Danke, Thomas. Ey, sechs Abos. Also, mir fehlen die Worte, muss ich sagen. Aber jetzt ist gut, Leute. Jetzt ist wirklich gut. Spart euch noch ein bisschen was. Ich bin zwar schon alt, aber ich hoffe, ich lebe noch eine Weile, dass ich hier noch streamen kann. Da könnt ihr noch Zeugs raushauen, bis mir die Ohren abfallen. So. Danke, Thomas. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Alter, wie er doch... Was war mit ihm, Alter? Kam aber zielsicher hier um die Ecke, oder? Stinke ich so, dass ich hier drei Meter gegen bin? Papi! Papi! Sechs Abos verschenkt. Was ist hier los? Reserve ist die Hölle, Mann! Ander Schweder. Da kommt da nichts raus. Dio, grüß dich, herzlich willkommen. Ja, Thomas, ich habe ja nicht viel, aber ich freue mich über jeden, der da ist. Und wir sind, ich finde, wir sind eine dufte Truppe. Muss ich mal so sagen. Es ist bei mir wie im richtigen Leben. Ich habe nicht viele Freunde, aber dafür gute. Ich brauche die Plakette, Mann. Oh, was ist denn das? Angestochener. Das ist aber ein Bär. Scheiße. Mist! Oh, die Alarmanlage. Ich muss zu meinem Bunker, Alter. Svenni, schlaf schön. Danke, dass du da warst. Kommt denn das Mündungsfeuer her? Hinter dem grünen Karton oder hinter der grünen Kiste oder was das da ist? Hinter dem Metallcontainer? Oh, da flog eine Granate. Eine Rauchgranate. Die Spinne sitzt in ihrem Netz und wartet auf die Fliegen. Muss ja schließlich einer noch kommen, der die Granate geworfen hat. Ach so, ich dachte schon, ich hätte jetzt wieder im Suff Tschüss Knolle gesagt. Oh ne, Tschüss Svenni. Hm. Einer ist da drüben gerannt. Echt sei. Mann. Scheiße. Ich suche mir jetzt einen anderen Weg hier. Das war Nummer 2. Würde ich sagen. Ey Leute, was ist denn hier los, er Friseur? Wäre alle komplett wahnsinnig geworden hier, oder was? Ein Rambo. Ich will doch eigentlich nur meine Quest machen unten im Bunker. Da will ich alles niedermetzeln. Fünf Raiders brauche ich. Mit Granaten wird es gefährlich, Dio. Ich habe ja keine mit. Höchstens, ich sammle unterwegs welche ein. Aber das ist doch das, was du sehen willst. Gib es doch zu. Wie der alte Matze seine Granaten wirft. Alter, was? Wo bin ich denn, Leute? Was ist denn hier los, sag du mal? Wie spät ist es denn überhaupt? Er hat mir eine Bulle Suff vorbeigebracht. Was ist denn hier? dass es so weiter geht habe ich keine Munition mehr für den Bunker ich gehe hier zurück dann durch den Bunker gleich hoch von der Zeiter sieht es auch noch gut aus jetzt Granatenkiste. So verlockend. Und leer. Scheiße. Achso, das ist ein Spieler. Nichts mit Rädern im Bunker erschießen. Und hier jetzt noch ein USB-Stick. Wenigstens einen Mann. Die hängen doch auch in diesen Schränken. Sind die dort auch zu finden? Mhm. Ja. 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 Okay. Alter, der wollte uns doch jetzt verkackeiern, oder? Der hat doch nur so getan, als ob. Hat er meine Steps nicht gehört, dass ich hinten durchs Wasser bin? Skui, das Bad nehme ich mit. Skui, ich habe dein Bad, Mann. Bad Actors, ich glaube es auch, Alter. Der wollte hier ein bisschen frischen Wind in den Stream bringen, mit seiner Show. Oh, der Zug hat noch gehupt. Abfahrt wahrscheinlich. Oh, jetzt noch, gucken wir mal, noch fünf Reiters dazugekommen. Und das hat mir eine schöne, fette Beute gemacht heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.